Herzlich Willkommen bei StudyHelp TV. Im letzten Video hatten wir ausgerechnet, dass eine Probe, die auf Zug belastet ist und in der nur eine Zugspannung wirkt, auch senkrecht zur Belastungsrichtung zerreißt, was wenig überraschend ist. Und dann hatten wir sogar noch ausgerechnet, wenn ein Bauteil unter Schub versagt, dass die maximalen Schubspannungen in einem Bauteil immer in der 45-Grad-Ebene zur Belastungsrichtung wirken und dementsprechend solche Schubbruchflächen dann auch so ungefähr aussehen, wie ich das hier angedeutet habe. Und dann war ich aber zum Schluss dabei hängen geblieben, dass wir uns ja noch mal überlegen müssen, wie denn jetzt eigentlich im realen Zugversuch so eine Probe aussieht, dass man da nicht ganz so enttäuscht ist. Was hat man dann noch mal festgestellt, wenn man so ein Spannungs-Dehnungs-Diagramm für den Zugversuch zeichnet, dann, das haben wir jetzt ja gefühlt bis zum Erbrechen schon besprochen, sieht das ja vielleicht für einen duktilen Werkstoff irgendwie so aus. Und hier in diesem Verlauf hat man ja eine Einschnürung. Das heißt, der reale Spannungsverlauf, wenn man es auf den aktuellen Querschnitt beziehen würde, sähe ja so aus. Das ist also die wahre Spannung. Und was sagt uns das? Das echte Zugversuchteil sieht ja ungefähr als Probe so aus. Das ist auch genormt und soll verursachen, dass man einen definierten Bereich hat, in dem die Verformung auftritt, nämlich der, der am wenigsten steif ist gegenüber den Einspannungen, wenn ich jetzt hier so ziehe. Und das ist genau dieser Bereich hier. Und in diesem Bereich tritt ja jetzt, wenn man das vergrößert, tatsächlich dann irgendwann so eine Einschnürung auf. Das bedeutet, der Querschnitt wird kleiner durch den Zugversuch. Und dieser Einschnürungseffekt verursacht ja, dass der tragende Querschnitt an dieser Stelle immer kleiner wird. Und bei konstanter Kraft im kompletten Bauteil dementsprechend die Spannung in diesem Bereich am größten ist, maximales und dann auch versagt. Das heißt also, im Zugversuch sieht eine gerissene Probe dann tatsächlich am Ende so aus, dass man die Einschnürung erkennt. Dann hier irgendwie den Riss direkt in der Einschnürung und fertig. Das wäre also das reale Bruchbild für den Zugversuch, damit wir das der Vollständigkeit halber noch einmal nachgereicht haben und mir keiner vorhelfen kann. Ich hätte behauptet, dass nach dem Zugversuch die Probe dann tatsächlich so aussieht, denn so hat es ja nicht mal vorher ausgesehen. Jetzt müssen wir uns vom Zugversuch so ein bisschen verabschieden, denn der Zugversuch ist ja quasi statisch. So richtig statisch ist ja nicht, weil man bewegt ja die Einspannbacken so ein bisschen auseinander, um überhaupt eine Spannung zu erzeugen, aber sehr, sehr langsam. Wenn man jetzt aber mal in die Welt von dynamischen Belastungen geht, dann hatten wir uns ja über die Dauerfestigkeit von Werkstoffen unterhalten. Wie kommt man noch mal zu einer Aussage für die Dauerfestigkeit? Das Belastungsprofil, das man über so eine Probe fährt, sieht irgendwie so aus, dass man beispielsweise eine Wechselspannung anlegt. Das heißt, die Mittelspannung Sigma M an dieser Stelle ist 0 und man sieht also eine Funktion der Spannung über der Zeit, die einer Sinuskurve entspricht. Das bedeutet, man hat so eine Probe und die ist irgendwie eingespannt und hat dann eine zeitabhängige Kraft. Man kann das auch über einen Weg machen, mit der man diese Probe halt dann immer so ein bisschen in die Länge zieht und komprimiert in diesem Bereich, wo die Spannung negativ ist, also eine Druckspannung hat. Und das macht man dann für eine konstante Amplitude Sigma A, so lange bis die Probe reißt und zählt dabei die Anzahl an Schwingsspielen mit. So funktionierte das Geschäft ja. Und wenn man dann die ertragene Amplitude über der Anzahl an Schwingsspielen, die die Probe mitgemacht hat, aufträgt, dann kam man irgendwie zu so einem Diagramm und das ist die sogenannte Wöhlerlinie oder Wöhlerkurve. Soweit also die Dauerfestigkeit und jetzt wäre ja noch interessant, wie versagt eigentlich so ein Bauteil, wenn es dynamisch belastet wird und warum ist das eigentlich immer so ein etwas unangenehmes Thema. Die Modellvorstellung, um das zu beschreiben, ist die folgende. Wir gucken uns hier oben mal mit so einem Sternchen die Oberfläche unserer Zugprobe an. Und wenn man mal so tut, als könnte man die sozusagen in Segmente unterschiedlicher Längen unterteilen, je nachdem wie die Oberflächenrauhigkeit des Bauteils so ist, dann sieht das ja so aus. Das heißt, man hat im Grunde genommen so eine gewisse Abbildung einer nicht perfekt glatten Oberfläche und den entsprechenden Gleitebenen des Gefüges in diesem Bauteil. So, was passiert dann jetzt? Jetzt haben wir eine dynamische Belastung, die da ab und zu mal dran zieht und ab und zu mal dran drückt. Das bedeutet, man kann sich also vorstellen, dass bestimmte Bereiche dieses Teils aus der Ebene herausgezogen werden im Zugbelastungsfall bzw. andersrum in die Ebene reingedrückt werden im Druckbelastungsfall. Das ist natürlich jetzt hier stark übertrieben dargestellt, aber so ungefähr kann man sich das vorstellen. Das bedeutet also, diese beiden Punkte hier, den hier, den könnte man jetzt hier verordnen und so eine Druckphase mit einer negativen Amplitude könnte man sich jetzt hier vorstellen. So, und wenn das jetzt so vor sich hingleitet, dann kann man sich doch vorstellen, je größer die Rauchigkeit der Oberfläche ist, das bedeutet also, je größer der Abstand dieser einzelnen Segmente zueinander ist, umso anfälliger ist das Ganze doch auch für Belastungen. Das stellt man auch in der Realität fest. Das heißt, je rauer die Oberfläche, desto geringer ist die Dauerfestigkeit. Also, je höher die Rauchigkeit der Oberfläche, desto geringer ist die Dauerfestigkeit. Das kann man sich jetzt also schon mal so ungefähr vorstellen. Und jetzt geht es ja nicht nur darum, wie sich das Bauteil unter Last verhält, sondern wir wollen ja auch wissen, wie es unter Last dann versagt. Und jetzt ist es ja so, dass jetzt also diese Rauchigkeiten dazu führen können, dass besonders rausstehende Teile verzogen werden. Es kann aber auch andersrum sein, dass besonders Kerben anfällig sind für das Versagen unter dynamischer Belastung. Was ist denn eine Kerbe? Schauen wir uns das Ganze mal an. Wir tun mal so, als könnte man sich jetzt so ein Bauteil angucken, das irgendwie so aussieht. Das kommt einem verdächtig bekannt vor, aber es ist halt das Evergreen. Und dieses Bauteil, das ist jetzt mal an irgendeiner Stelle gekehrt. Könnte eine Welle sein, wo einen Sicherungsring aufgebracht hat. Oder vielleicht hat auch noch einer mit Schwung gegengetreten. Das ist für die Geschichte egal. Ich mache jetzt mal hier so eine Nut rein. Und man sieht jetzt also, hier ist irgendwo so eine Kerbe drin. Und jetzt tun wir mal so, als wären wir in der Lage, uns erstmal die Oberflächenrauchigkeit in dieser Kerbe anzugucken. Und das sieht ja dann jetzt vielleicht stark übertrieben irgendwie so aus. Auf einer mikroskopischen Ebene. Das heißt, das wäre also quasi die Ansicht der Kerbe von der Seite. Und jetzt tun wir mal noch so, als könnten wir noch was. Nämlich hier mal einmal so durchgucken. Wenn wir jetzt also uns den Querschnitt angucken könnten, dann könnte man sich ja vorstellen, während das Ganze jetzt dynamisch belastet ist, sieht das vielleicht irgendwie so aus. Und um das Problem noch ein bisschen zu vereinfachen, denken wir uns mal die linke Kerbe weg. Dann ist nämlich das Ausdehnungsverhalten des Risses eindeutig. So, das heißt, hier ist alles schön rund. Und hier haben wir jetzt so eine Kerbe. Kerben sind doof. Weil, was passiert jetzt? Aufgrund der hier anliegenden Kerbe treten sowieso schon mal mechanisch höhere Spannungen auf. Das heißt, nur aufgrund der Mechanik ist das Teil schon stärker belastet. Und in Kombination mit dieser Modellvorstellung der Oberflächenrauchigkeit kommt es jetzt also dazu, dass wenn ein Riss in diesem dynamisch belasteten Bauteil entsteht, er hier an dieser Kerbe entsteht. Und was macht dieser Riss jetzt so? Wenn man sich später mal so ein Schliffbild anguckt. Also wir stellen uns jetzt mal vor. Es vergeht mal so ein bisschen Zeit. Und das ganze Ding reißt und reißt kaputt. Und man guckt sich nachher das Schliffbild dieser Rissstelle an. Dann sieht das ungefähr so aus. Man erkennt ganz schön, hier irgendwo ist eine Kerbe gewesen. Und dann sieht man hier, wie so Rastmarken sich ausdehnen. Und dann irgendwann wird die Schlifffläche plötzlich total rau. Jetzt muss man mal verstehen, was ist da passiert. Also hier ist diese Kerbe und an dieser Stelle wird der Riss initiiert. Jetzt ist es so, dass die Belastung im Dauerversuch ja nicht so groß ist wie im Zugversuch. Das heißt, ich habe eine Schwingungsamplitude, die das Bauteil schon belastet, aber nicht jedes Mal sofort zerreißt. Und dementsprechend durch das ständige Auseinanderziehen und Zusammendrücken entsteht, wenn man von der Seite drauf guckt, so ein Riss, der hier am Anfang vielleicht irgendwie so dran ist und der dann über die Zeit sich immer weiter ausdehnt. Und das sind genau diese Rastmarken, die man hier sieht. Und das verursacht natürlich, wenn man sich das Ganze dann nach einer gewissen Zeit anguckt, den Umstand, dass der tragende Querschnitt der Probe so total klein ist. Und wenn der total klein ist, dann habe ich hier irgendwann einen tragenden Querschnitt, der die Belastung nicht mehr aushalten kann. Es kommt zum Gewaltbruch und dementsprechend zu dieser Rissfläche. Dieses Verhalten ist typisch für Proben, die im Dauerversuch versagt haben oder auch für dynamisch belastete Proben. Was nehmen wir als Erkenntnis mit? Kerben sind immer doof, wenn man dynamisch belastete Bauteile hat, gerade stark belastete Teile. Was wir noch mitnehmen können, ist, dass die Oberflächenraurigkeit da eine entscheidende Rolle spielt, genauso wie die Härte. Weil je härter ein Teil ist, umso schneller kriege ich da auch eine Macke rein. Das kennt man aus der Keramik. Und was auch noch doof ist, ist Folgendes. Jetzt habe ich die ganze Zeit hier so getan, als wäre das ein Prozess, den man mal schön live die ganze Zeit beobachten könnte. Das ist aber gar nicht so. Leider ist es so, dass man das Ausbreiten dieses Risses immer erst dann merkt, wenn das Ding versagt oder durch entsprechende Untersuchungen. Von außen sieht man meistens nur so eine kleine Kerbe und weiß gar nicht so richtig, was dahinter steckt. Das ist also irgendwie alles ein bisschen doof und problematisch. Aber wir haben jetzt mal darüber gesprochen. Was es dann noch so an Versagensformen unter dynamischer Belastung gibt, was alles zu diesem Thema Dauerfestigkeit gehört, das schauen wir uns dann im nächsten Video an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.